Hi Freunde und herzlich willkommen, hier bei Achi Gaming, Flo von dem Start, heute mit dem 9.19 Uhr Content ist Sonntag, es ist kurz um 19 Uhr und EA gibt uns neuen ASPC Content, unter anderem die 91 Plus Zugabe-Icon Profi-Wahl, die wir schon letzte Woche hatten, aber unter anderem heute ein Thema Cafu als Legenden des Spiels ASPC. Zwei Wochen Zeit und hier sind richtig 19 Segmente, was hat sich EA dabei gedacht? Man weiß es nicht, England gerade mit dem 1 zu 1 durchfoden und wir haben als nächstes Florian Grilic, Österreich gegen die Türkei, eine Showdown-SPCs. Wir gucken uns alles läufig an in EAFC, also let's go und rein ins Video. So Freunde, ich habe das Tor gesehen, es war abseits, natürlich Klassiker, also was England da auf jeden Fall gerade macht, erinnert so ein bisschen an die Gruppenphase, katastrophaler Auftritt von England. Was ist da los Freunde, Deutschland gestern gewonnen, was war das für ein Up and Down, komplett, ja weird, komisches Spiel gewesen, Deutschland gewinnt, ist im Viertelfinale, das aber jetzt heute nicht das Thema. Bevor wir reinstellen das Ganze, wenn ihr jetzt feiert seid, hey, ich freue mich am Start, nehmt euch kurz die 1 Sekunde Zeit, das würde mich extrem unterstützen, gerne einen Daumen nach oben dalassen, 300 Likes auch heute wieder das Like-Ziel, gerne kostenlos auch ein Abo dalassen und natürlich gerne kostenlos, das komplett for free ist, ein Abo dalassen auf dem Weg Richtung 6000, damit der rund um EAFC auf jeden Fall nichts mehr verpasst. Ja Freunde, was soll ich sagen, heute müssen wir definitiv quatschen, wir gehen erstmal vorbei an den Showdowns, wir gehen direkt zu Cafu, denn was zur Hölle hat sich EA bei dieser Cafu SBC gedacht? Mein erster Gedanke war, boah geil Freunde, Cafu als SBC, 96er gerate Karte, 4 Plays als Plus, ja was ist da denn los? Richtig geile Geschichte, dann sehe ich 19 Segmente, 2 Wochen Zeit und Freunde, ich weiß, ihr hasst es, wenn ich sage, ey Lost und so weiter und so fort, aber dazu fällt mir nur wirklich gar nichts mehr ein. Dazu fällt mir wirklich nur Lost, Bodenlos oder jegt das andere Wort ein, aber Freunde, jetzt haltet euch mal fest, ja, es sind 19 Segmente und Achtung, Bronze, Silbersquad, okay. Dann 84er für den Lone und dann geht es los, 84er hier, 87er, direkt als fünfter Squad, 88er, 88er Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, dann 89er, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, geisteskrank, dann 90er, 1 und 2, 91er, 1 und 2, 92er, auch Nummer 2 drauf, 92er grade Karten, Freunde. Nur mal zur Erinnerung, wir haben den 30.06er, wir haben fast jetzt Juli und die ergibt uns ein Cafu SBC mit saftigen 90er Segmenten. Wenn das jetzt irgendwie 90er Segmenten wären, mit dem 84er, 85er, 86er, ein paar mehr von den 86er Green Squads, nein, am Ende buttern sie nochmal ordentlich rein mit 2 92ern, mit sogar 2 91er, die 90ern und direkt der 5. Squads, sogar 87er und dann die 88er Squads. Ey Freunde, ich dachte, ich falle hier vom Stuhl. Was ist da denn bitte los? Lasst mich auf jeden Fall in die Kommentare eure Meinung zu dieser neuen SBC wissen, weil ich habe gedacht, was ist jetzt los? Was habt ihr jetzt schon wieder gegessen, getrunken oder was haben sie wieder für Synapsenprobleme im Kopf? Man weiß es nicht so wirklich. Ich bin fraglos, ich bin wirklich sprachlos. Also was hat sich ihr dabei gedacht? Und jetzt gucken wir uns mal die Cafu Karte an, Freunde der Sonne. Ja, es sind 5-Star, 4-Star, hoch, hoch, Arbeitsraten. 1,76, kommt bei kurzer Rechtsanteil, GRV, oh Wunder, kann er spielen? Und dann haben wir natürlich eine Top, 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 Top Karte. Ja, und wenn wir dann uns anschauen, er bekommt ja noch die tendenziellen Upgrades, 2 Tore, 4 Tore, mit jeweils vielleicht auch einen 99er Vorderseitenwert, wenn die 4 Tore denn dann passieren. Und dann ist das eine geile Karte. Aber never ever zum 30.06.19. Ausrufezeichen, 19 Segmente. Und da waren die Gedanken, diese 19 Segmente teuer. Ich bin gespannt, was der Preis gleich sagt bei Footbin. Harter Pass, Block Plus und in der Luft genauso wie schneller Schritt als Playstyle Plus. Ich, 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 ich. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Lass uns direkt mal gerade parallel. Gehen wir gerade hier zu den SBCs bei Footbin. Schauen wir mal, guck mal am Preis. Da ist über 2 Millionen Coins. Und da bin ich einfach raus. Und da fällt mir einfach nur ein, EA ist einfach diesbezüglich wirklich lost. Also Freunde der Sonne, aber das ist wirklich die Definition von lost. Da könnt ihr mir reinschreiben, was ihr wollt. Aber das, dieser Titel, wenn ich jetzt irgendwo in diesem Titel lost reinschreibe, dann passt es genau auf diese SBC, Freunde der Sonne. Und da sind wir wirklich alle raus. Da sind wir wirklich alle, alle raus. Und dann erneut, Refreshed, mehr oder weniger. Und da bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Wir haben hier eine 91 Plus Zugabe-Eigenprofi-Wahl. Und ihr lest richtig. Tottis sind dabei. Ultimate, Birthday und Legenden des Spiels. Icons, Team 1. Team 1. Team 2. Nö. Team 2 ist ja gerade da. Im Endeffekt ja quasi in der Promo. Nein, packen sie nicht in den Player-Pick. Frage ich mich, wann sollen die denn kommen? Kommen die nächste Woche Sonntag in die Player-Picks rein? Wieso nicht jetzt? Kann auch keiner beantworten. Das war ja wiederholbar. In zwei Tagen Refreshed das ganze Ding. Denkt dran, falls ihr reingehen wollt. Läuft ab in einer Woche. Drei zur Auswahl. Ja, herzlichen Glückwunsch. Drei SBCs. Und jetzt, Achtung, 87er, 88er, 90er. Da weiß ich gar nicht, ob es jetzt das gleiche ist wie letzte Woche. Weil ich ja, wie gesagt, da im Urlaub war. Aber 90er, 87er und 88er ist auch ordentlich. Und dann eben nur Legenden des Spiels Team 1 eigens. Really? Really? Genau die 21 gleiche SBC wie letzte Woche? Naja, komm. Da wisst ihr selber, das geht besser. Und vor allem auch hier. Preislich, Freunde. Wir können auch da kurz drauf gucken. Preislich. Das wird auch teuer sein. Das wird auch teuer sein. Über 300k will die A hier von uns ja eben selber haben. Also das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Dann haben wir Grilic gegen die Türkei. Beziehungsweise Cilic gegen Grilic und Österreich gegen die Türkei als Showdown. Hier finde ich schon mal fair nach, dass es nur ein Segment ist. Ich weiß noch nicht, was wir abgeben müssen. Zwei Tage haben wir logischerweise Zeit, bis die Partie dann stattfindet. Hoffentlich nicht zu teuer. 85er Tots Team of the Week für Cilic und Grilic wahrscheinlich teurer. Oder? Oh, sogar 87er mit Tots Team of the Week. Okay, das ist schon heavy. Drei Plays als Blas sind da. Sieht gar nicht so geil aus. Rechtsverteidiger. RM, Hochhoch, Arbeitsraten. Gut, seid ihr vielleicht Rom-Fan, Cilic-Fan, Türkei-Fans? Geht da vielleicht rein? Aber es könnte halt sehr gut sein. So wie Österreich wirklich jetzt in dieser Monstergruppe sich durchgesetzt hat. Grilic das Ding gewinnt. Dann haben wir hier einen Bundesligaspieler. Hoffenheim. Ich glaube, da ist jetzt keiner wirklich heiß drauf. Hoffenheim-Link kann Innenverteidiger auch spielen. 97er-Reaktion sogar für den IV richtig gut. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bleibe bei der Meinung, wie bei den letzten Showdowns auch, dieses Gefühl von, dass diese Showdowns manchmal so ein gewisses Mismatch haben. Auf mehreren Ebenen, wenn wir denn so wollen. Die Auswahl mit Grilic und Cilic. Ebenen, vielleicht jetzt nicht die Beste. Ebenen, vielleicht jetzt nicht die Beste. Ebenen, ein 87er für Grilic. Okay, ein zweiter, hm, weiß ich nicht. Und wie gesagt, da ist er auch dabei. Ihr habt das hoffentlich gesehen. Ein Tods-Team-Of-Tweek. Ebenfalls. Ja, das dürfen wir an der Stelle auch nicht vergessen. Also, ich weiß nicht. Manchmal ist das für mich so ein bisschen Mismatch. Lass mich gerne mal auch mal dazu wissen, zu den Showdowns. Geht ihr da jetzt rein zu Cilic oder zu Grilic? Und die Frage, die ich auch gestern teilweise, sondern auch schon oft beantwortet habe. Man muss sich ja auch die Frage stellen, jetzt auch bei der neuen Promo. Passen diese Spieler, die man dann zieht, die man dann als SPC macht, überhaupt noch? Oder umgekehrt, fragen wir mal so rum. Passen die dann überhaupt noch in meinen Main-Squad rein? Beziehungsweise, verbessern sie meinen aktuellen Main-Squad? Und wir haben uns ein paar Karten ja auch angeguckt am Freitag. Und da gibt es halt eben dann auch welche, wo wir sagen, hey, pass auf. Die und die Team-Of-The-Season-Karte beispielsweise spiele ich jetzt tendenziell eher als Showdown XY. Beispielsweise als Grades of the Game-Icones oder Legenden des Spiels-Icons XY. I don't know. Oder Marquisio. Ja, Italien ist raus. Kriegen keine weiteren Upgrades. Haben wir gezogen an Day 1. Jetzt spiele ich den Vorrotri. Hm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also insofern bin ich gespannt. Schilik und Gradesch gucken wir uns gleich über Football nochmal etwas genauer an. Ich bin gespannt auf die 91-Plus-Icon-Player-Picks um die Ecke kommen, die ja schon letzte Woche am Start waren. Wir werden das gleich beobachten. Und dann haben wir die Ziele am Start. Und da sind wir jetzt kurz davor, uns Kurs zu ergattern und Push-Gas. Da sollte aber heute, wenn ich es richtig gesehen habe, Nip, Nö, 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 Nö. Wieder nichts in den Zielen. Gut, klassischer Sonntag eigentlich. Kann man das so sagen? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube, ich muss mich hier gleich um zwei oder gerade um zwei Sachen kümmern. Neves und Chormini und bin gleich wieder zurück. So, Freunde, bevor wir dann gleich zu dem 91-Plus-Player-Pick kommen, dachte ich, komm, machen wir hier das eine oder andere Pack. Und, wie ich finde, das eine oder andere sehr gute Pack sogar hier auf der Road to Glory bei mir. Wir gehen kurz rein, werden die Server denn dann laden. Zack, zack, zack. Der Team of the Week grindet sich nicht von alleine. Da wisst ihr Bescheid. Also, wir schauen mal rein. 60 Minuten, die jetzt gespielt. Immer noch 1-0 zurück, die Engländer. Und dann gucken wir mal rein. Also, wir haben hier, ich habe es aufgespart, das 84x20 und das 83x20-Pack. Und, ja, ich denke, wir gehen einfach mal jetzt hier ins 83x20-Pack. In 3, in 2, in 1. Und, let's go. Was könnte uns hier? Es wird blau. Was habe ich gesagt? Portugal. Oh, ruhig. Z-O-M. Ja, Moment. Momentchen mal. Es ist die Hero-Version von Rory Costa und ein Eiken hinterher. Und Xavi Alonso. Ey, Freunde. Hero und Eiken im 83x20-Pack. Willst du mich komplett verarschen? Oh, mein Good Lord. Von Season Nummer 7. So muss es doch sein. Zwei, die wir noch nicht haben. Zwei Kandidaten, Freunde. Jetzt auch nicht die teuersten, teuersten. Aber, zwei Kandidaten, die wir noch nicht haben. Ach, du, hör mir doch auf. Freunde. Xavi Alonso, GG in den Chat. Also, wir können eins schon mal festhalten. Die sind auf jeden Fall viel besser zu ziehen. Viel besser zu ziehen, diese Provokarten. Und endlich sind Provokarten mal wieder zu ziehen. Rory Costa, Xavi Alonso. Ich nehme sie beide sehr, sehr gerne mit. Ja, und was würdet ihr jetzt machen? Frage geht raus in die Runde, Freunde. Was würdet ihr machen? Team of the Season Rotary? Auf der ZDM-Position? Oder einfach mal Xavi Alonso testen? Auf der ZDM-Position? Ach, Freunde. Einfach traubhaft. Einfach traubhaft. Xavi Alonso, Rory Costa. Aus so einem Pack. Dahinter noch Bernardo Silva, Parejo, Alaba. Da kümmere ich mich natürlich dann gleich drum. Also, die Packs gönnen schon. Und wir machen aber kurz einen Abstecher zu Footbin. Und da sehen wir auch den, im Endeffekt, das, was noch als weiteres sozusagen Schlechtes dazukommt. Wir haben ja schon die 94er Rechtsverteidiger-Kafu-Karte mit 5 Stern, 4 Stern. Jetzt kommt dann eine 96er um die Ecke, aber dann eben so teuer. So teuer. 2 Millionen. Also, ich kriege es nicht in meinen Kopf. Ich kriege es nicht in meinen Kopf kombiniert. Plus 2, 7 Schuss, okay. 4 passen, 2 Dribbling. Also, der Boost von den reinen Stats gibt den Preis auch nicht her. Ja, die 2 Plays als Plus, okay. Aber nein. Also, egal wie man sich das jetzt zerdenkt im Kopf. Die Verhältnismäßigkeit stimmt bei dieser SBC einfach. 0,0. Da könnt ihr mal sagen, was ihr wollt. Da könnt ihr mal sagen, was ihr wollt. Und dann kommt auch nicht so gut an die Showdown-SBC. Ja, das haben wir ja oft gesehen, auch bei den alten Showdown-SBCs. Chilic und Kirillisch. Ich denke, wie gesagt, Österreich-Fans, Chilic-Türkei-Fans. Jetzt sind wir, Freunde, die machen die SBC halt einfach so. Ne, aus Prinzip sozusagen. Das kann ich mir schon vorstellen. Und ja, das sind natürlich dann vor den Base-Karten natürlich massive Stats. Da wollen wir gar nicht drum rumreden. Ich würde sagen, das ist so eine typische SBC für Türkei-Fans, für Österreich-Fans. Und dann eben passend jetzt zu dem Erfolg einfach reingehen. Und dann hoffen, dass ihr das Plus-2, äh, durch das Plus-2-Upgrade, äh, die Kirillisch-Karten mit dem Plus-2-Upgrade sieht natürlich richtig gut aus. Und 90K ist dann noch realistisch, okay. 60K geht auch noch fit. Also vielleicht eine SBC, die man so nebenbei vielleicht mal abschließt. Jetzt aber der Fokus, und zwar zu der 91 Plus Anchor-Eigenplayer-Geschichte. Wie sieht sie aus? Top oder Flop? Lass uns das herausfinden. Ja, und da haben wir ihn. Den 991 Neuen-Alten. Ja, das ist genau der Punkt, Freunde. Matthäus haben wir jetzt hier als Start, als Hottie-Icon. Das ist doch mal lecker. Das schmeckt doch schon mal gut. Was macht denn Matthäus noch? Weil wir ja jetzt hier auch die andere Version haben. Äh, ist doch bei 499. Hat sich mehr oder weniger gut gehalten eigentlich. Ich weiß jetzt gar nicht, was die andere Versionen waren. Ich hatte nur einen Blick auf Matthäus. Aber da sind wir natürlich preislich teurer als die SBC. 300.000, 305.000 Münzen. Diese SBC teuer. Und 500k Roundabout jetzt bei Matthäus, der halt eben jetzt auch die neue Version hat. Die 96er, aber eben Team 2-Icon-Version, die eben nicht im Pick drin ist. Ja, Freunde. Und zum Abschluss dachte ich, komm, machen wir noch den Level 32 Reward. 84x20er Pack. Eben schon das 83x20er Level 30er, äh, ja, Reward Pack. Hat ja schon ordentlich gegönnt. Ich hab mich um die Duplikate gekümmert. Und, äh, dementsprechend, komm, dachte ich, gehen wir doch mal rein. Gucken mal rein, was das Ganze geben kann. Top. Oh, jetzt wird wieder blau. Top oder flop? Portugal again. Innenverteidiger diesmal. Hör mir auf. Hör mir auf, Freunde. Das kann doch nicht wahr sein. Wir ziehen alle, die wir noch nicht haben, oder was? Und, äh, wer ist jetzt auch noch... Das kann doch keiner erzählen. Das kann mir doch keiner erzählen. Was ist denn hier mit der Road to Glory los? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wenn ihr hierfür kein Like da lasst, dann hab ich auch keine Ahnung. Ach, du, immer noch. 500.000 Münzen einmal. Und 100. Roundabout 140.000 Münzen. Auch immer noch teuer. Ein... Kamayo. Oh, mein Gott, Lord. Tevez. Here we go. Tevez. Kamayo. Jetzt haben wir uns fast alle. Und dahinter... Oh, keiner mehr. Keiner mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr, Freunde der Sonne. Was ist das denn? Tevez. Here we go. Was ist das? Bitte für eine geile, geile Karte. Und er wird bestimmt seine Upgrades bekommen. Oh, Mann. Oh, Mann, Freunde. Was ist hier bitte los? Was ist hier bitte los? Also, oh Gott. Meine Stimme lässt nach. Das kann ich nicht mehr toppen. Das kann ich nicht mehr toppen, Freunde der Sonne. Insofern, das soll es gewesen sein mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ordentlich Liebe da. Ihr wisst Bescheid, support ist kein Mord. Ich muss jetzt erst mal Luft holen. Und wir sehen uns dann morgen in all der frische Montag zu den neuen Upgrades wieder. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und da bist du jetzt bei, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.